Der berühmte Tommy Hilfiger hat ihm persönlich seine neue Lebensgefährtin vorgestellt. Er hat Tommy Hilfiger groß gemacht, er ist ein Schweizer, er spricht also Deutsch und vor einigen Monaten hat er sich überreden lassen, von Tommy Hilfiger als weltweiter Chef zu Hugo Boss zu wechseln, aus dem deutschen schlafenden Riesen Hugo Boss wieder ein großes Unternehmen zu machen. Der Typ, der das bewerkstelligen will, der das alles erlebt hat, der jetzt die Hoffnung von Hugo Boss ist, heißt Daniel Griehler und kommt jetzt. Heute aus Metzingen und was verbindet man mit Metzingen? Der eine, der noch will es wissen, natürlich Hugo Boss und hier, ich bin und darf sein, im Zimmer des neuen Chefs bei Daniel Griehler. Herzlich Willkommen Daniel, hi. Hallo, hallo Philipp. Du bist noch gar nicht so lange da, ne? Nein, sechs Monate. Sechs Monate, ja, das sind das genau. Trotzdem, wenn man nicht so sieht, also jeder, der das jetzt hier hört, muss auf jeden Fall bei Instagram oder LinkedIn nachgucken, der Daniel sieht aus, wie man sich einen Hugo Boss-Chef vorstellt, obwohl er eine ganz lange Reise hinter sich hat, bevor es mit Hugo Boss losging. Erzähl mal so ein bisschen, wo kommst du einher? Von wo ich herkomme? Aus der Schweiz, aus der USA ein bisschen. Ich wollte es gerade sagen, wenn ich anfange zu sprechen, hört man es sofort, wo ich herkomme, natürlich mit meinem Alpendeutsch, das ich hier spreche, aber ich hoffe, man versteht es. Ja, also ich war ursprünglich aus der Schweiz, eigentlich in Amerika geboren. Wollte ich ja sagen. Ja, ja, ich bin in Washington D.C. geboren, war da allerdings nur ein Jahr, kann mich nicht mehr erinnern, und nach einem Jahr sind dann meine Eltern und meine Familie in die Schweiz gezogen, und da bin ich in Schaffhausen am Rhein auch. Bei IWC? Ja, so ungefähr, ja, bin ich aufgewachsen, ganz genau. Und dann hast du jetzt schon viele Jahrzehnte Fashion hinter dir, aber gar nicht so sehr jetzt aus der Design-Ecke gekommen, sondern immer auch schon so vertrieblich und als Händler, kann man das sagen? Ja, mich hat das eigentlich, die Fashion hat mich interessiert, muss ich vielleicht erklären, warum ich eigentlich immer da drin bin. Mein Name ist ja Grida, und wenn du in Zürich bist, dann hat es da ein Haus, das heisst Grida, und das ist ein luxuriöses, kleines Modehaus, oder ein luxuriöses, wie sagen wir, Department Stores, ein kleiner Department Stores, aber extrem hochwertig, und den gibt es schon seit vielen Jahren. Und jeder hat immer gedacht, ah, du bist der Grida, du bist doch der vom Modehaus. Nein, ich bin nicht der Grida vom Modehaus, ich bin einfach der Grida. Und irgendwie, schon als kleiner, 14-Jähriger sind die Leute immer auf mich zugekommen, ah, du bist der Grida vom Modehaus. Aber irgendwie hat mich das dann doch fasziniert und hat mich dann mal befasst mehr mit der Mode. Und dann habe ich gedacht, na, eigentlich ist das doch interessant, weil es wechselt ständig und das interessiert mich Sachen in der Welt, das ständig wieder neu definiert wird. Und das fand ich spannend und da hat mich dann doch mit der Mode ein bisschen beschäftigt und habe gedacht, das könnte ich mir schon noch mal später vorstellen. Dann hat meine Schwester einen deutschen Freund gehabt, der war auch in der Modeindustrie. Da habe ich da im Sommer manchmal ausgeholfen im Laden, der war Einzelhändler in Saarbrücken. Dann habe ich dem ausgeholfen in den Sommerferien, habe da ein bisschen Geld verdient und das hat mir immer mehr Spass gemacht. Und so bin ich dann eigentlich in die ganze Modebranche, habe dann die Lehre gemacht im Globus und da bin ich irgendwie hängen geblieben und das fasziniert mich. Und Modeindustrie muss ich auch sagen, ich finde es einfach spannend. Weil es sich immer ändert. Und da habe ich eine lustige Geschichte, ich habe mal den Didier Matteschitz von Red Bull kennengelernt und da habe ich gesagt, Mensch, hast du ein schönes Business. Du hast nur diese Büchse da, die du da verkaufen musst. Du hast eigentlich nie Überlager und kannst über diese Büchse reden. Und dann sagt er, nein, das ist eine Katastrophe, du hast es schön. Du kannst jede Saison eine neue Geschichte erfinden und ich muss die ganze Zeit über diese Büchse sprechen, was viel schwieriger ist als immer über ein neues Thema. Da habe ich gesagt, okay, das stimmt. Also bleibe ich in der Modeindustrie. Aber wie ging es bei dir richtig los? Der Anfang war, dass du wirklich selber amerikanische Marken in Europa importiert hast oder Distributeur warst. Kann man das so sagen? Ja, ein bisschen anders. Das hat angefangen. Ich habe dann natürlich grosse Pläne gehabt mit mir selber, mich selbstständig zu machen. Ich wollte gar nicht in einem Betrieb. Und das war schon im Studium, habe ich dann gesagt, ich will selbstständig werden, ich will selbstständig machen. Und habe meine eigene Agentur gegründet. Und in dieser eigenen Agentur war ich natürlich, hatte ich Ideen und habe meinen eigenen Ledergesellschaft oder Ledervertrieb aufgebaut. Das war eines, zu dieser Zeit war so diese schwarze Lamm-Napper-Leder, war überall. Das habe ich aus der Türkei importiert. Und dann habe ich da einen grossen Erfolg gehabt, schon während dem Studium. Also da war ich 22, hat das schon angefangen. Und ich habe da importiert, die schwarzen Lederjacken. Und habe gedacht, da hat es eine Brand gegeben, die heisst Leonardo. Und habe gesagt, was die können, kann ich doch auch. Und habe eine Brand entworfen, die heisst Max Premium, ich weiss es gar nicht mehr. Max hat die geheissen, Premium Service oder so etwas. Das hat die Firma geheissen und die Marke war Max Leder. Das war hochwertiges Leder. Und so habe ich eigentlich angefangen. Und dann kam als erste Firma, die ich angefragt habe, ob ich den Vertrieb in der Schweiz und Österreich übernehme, ist Pepe Jeans. Pepe Jeans, kennen wir, ja. Und dann habe ich das in die Agentur mitgenommen. Und dann kam schon dazumal, wo noch keiner eigentlich kaufen wollte, Stone Island, CP Company. Mittlerweile ein riesen Brand geworden. Ein riesen Brand geworden, ja. Und wir durften das, ich habe dann noch einen Freund auch in die Firma reingeholt. Wir haben das zusammen immer weiter aufgebaut. Und irgendwann kam dieses Tommy Hilfiger. Und dann riefen die Amerikaner, weil die anderen sagten, Mensch, hier wird… Nein, ich habe sie angerufen. Ich war, ich war jetzt zu der Zeit, meine Agentur war okay, aber das war jetzt nicht das Vorzeigebeispiel. Oder da, wo mich jetzt eine amerikanische Marke anrufen, sondern ich habe die angerufen. Ich habe sie in Amerika gesehen und habe gesagt, diese Marke möchte ich nach Europa bringen. Dann haben die gesagt, ja, wir sind schon in Europa, wir haben schon so viele Anfragen. Danke, es hat sich erledigt. Dann warte Schlangen. Dann habe ich gesagt, nein, 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 das geht nicht so schnell auf. Und da hat es ein paar Zufälle gegeben, weil die Investoren, die bei Pepe Jeans waren, die waren auch Investoren bei Hilfiger. Das war Silas Chow und Laurence Stroll. Laurence Stroll, der Kollege mit dem Formel-1-Team. Mit dem, wo der jetzt ein Formel-1-Team sitzt, wo der Sohn jetzt auf dem 1.0 ist. Ja, genau. Dieser kanadische Milliardär. Ja, genau. Der war das, okay. Der war das und dann habe ich den Kontakt gehabt und dann habe ich gesagt, Laurence, ich möchte gerne dieses und Silas, ich würde gerne Hilfiger auch in meine Agentur nehmen. Ich sage, du machst Jeans, du hast Pepe Jeans und du hast keine Ahnung von diesem Sportswear und so. Ich habe gesagt, was? Das gibt es doch gar nicht. Natürlich habe ich Ahnung, ich bin ja eigentlich mehr ein Sportswear-Typ als ein Jeans-Typ. Und das ging dann hin und her. Und dann habe ich gesagt, nee, wir wollen uns für eine andere Agentur, haben wir uns entschieden und so. Aber ich habe gesagt, das finde ich jetzt, dann lasse ich nicht auf mir ruhen. Und dann habe ich denen einen Vorschlag gemacht, den sie nicht abschlagen konnten. Und zwar habe ich gesagt, okay, ihr glaubt nicht an mich, dann zeige ich es euch. Ich mache es ein Jahr gratis, mache ich euch den Vertrieb für Tom Hilfiger. Wenn ich es gut mache, dann kriege ich es. Und wenn ich es schlecht mache, dann könnt ihr mich raushauen. Ihr müsst mir nichts bezahlen. Und gesagt, getan, habe ich dann für Schweiz und Österreich den Vertrieb als Agent übernommen und habe anscheinend einen ziemlich guten Job gemacht, sodass sie mich nach einem Jahr haben sie mir den Vertrag gegeben und netterweise haben sie mich auch bezahlt. Und das war dann aber nicht exklusiv oder war das dann exklusiv? Das war exklusiv, ja. Und ist es dann schon noch so ein bisschen das grosse Ticket, wenn man so eine Brand dann in der richtigen Phase nach Europa bringen darf, dann ist das auch für dich wirtschaftlich. Also zu der Zeit hatte ich nur Schweiz, Österreich und den Osten. Haben sie mir dann gegeben. Und ich durfte zu der Zeit nur fünf Kunden in der Schweiz und fünf in Österreich und zehn im Osten machen, weil die wollten den Vertrieb langsam aufbauen, nicht, dass es Lieferschwierigkeiten gibt. Also Deutschland durfte 100 Kunden machen, ich durfte fünf Kunden machen. Das wurde einfach so verteilt, das Kontingent. Und jedes halbe Jahr durfte ich wieder fünf Kunden neu dazu nehmen. Du kannst dir vorstellen, da war eine Nachfrage ohne Ende. Aber so haben wir das eben nachhaltig auch aufgebaut. Und deshalb, das war ein Grundstein, warum auch Hilfiger dann auch so toll positioniert insgesamt wurde in Europa. Und am Ende hast du dann ganz Europa gemacht für Hilfiger? Ja, also das ging dann weiter. Also ich hatte meine Agentur mittlerweile dieses Pepe Jeans, das Stone Island, CP Complete, und Hilfiger, das war dann schon, das war dann die in der Schweiz, die Agentur geworden. Und plötzlich eines Tages ruft mich dann der dazumalige CEO von Hilfiger Europa an und sagt, sitz du? Dann sage ich, nein, ich bin im Auto. Dann sagt, halt mal das Auto an, ich habe einen Vorschlag für dich. Dann sagt er, okay. Dann sagt er, du, ich möchte eigentlich mehr mich für die Musik kümmern und möchte dich fragen, ob du CEO von Hilfiger Europa werden willst. Warum ich? Ich habe ja meine Agentur, ich bin kleiner Schweizer und nehme doch irgendjemand aus den grossen Ländern und sage, nein, ich will dich. Dann sage ich, okay, ich muss mir mal überlegen, weil ich bin ja selbstständig. Wie viel warst du da? Da war ich, was war ich da? 32. Und dann habe ich mir das überlegt und dann habe ich gedacht, mit meinem Freund, den ich auch im Geschäft habe, habe ich gesagt, du, was findest du, du übernimmst und ich gehe nach Amsterdam. Dann sagt er, ja, mach das und gesagt, getan. Da waren noch ein paar andere Schwierigkeiten dazwischen, gesundheitlich von meinem Partner. Der ist dann dummerweise gerade schwer krank geworden und dann habe ich alles gecancelt und habe gesagt, nein, nein, ich gehe jetzt nicht, ich bleibe. Und dann habe ich wieder angerufen nach Amsterdam und gesagt, ich würde gerne kommen, aber ich kann nicht wegen meinem Partner, aber sucht auch einen neuen. Dann haben die gesagt, nein, wir warten. Und dann haben die tatsächlich ein halbes Jahr gewartet und dann bin ich gekommen und bin angefangen als COO in Amsterdam für Europa. Und dann haben sie mich nach zwei Jahren, oder ja, zwei Jahre, haben sie mich dann zuerst als COO bin ich gewesen, dann haben sie mir nach zwei Jahren den CEO Europa gewesen. Das war natürlich für mich Wahnsinn. Ich habe mich nie gedacht. Wie gross so ein Geschäft? Also so hilfiger Europa, muss man sich vorstellen, das ist ein 100 Millionen Umsatz oder 200 oder 500? Ja, also wo ich übernommen habe als CEO, da waren wir in Europa auf 350 Millionen. Und das muss ich auch noch sagen, wir haben ja angefangen in einem Office, das war halb so gross. Acht Leute, Vertrieb Europa-Hilfiger. Acht Leute von hier. Kollektion aus Amerika und das war schon spannend und wir haben gedacht, wenn wir mal ganz toll unterwegs sind, machen wir vielleicht mal 100 Millionen in Europa. Dann haben wir innerhalb von drei Jahren 350 Millionen gemacht. Also das war wahnsinnig. Und mittlerweile ist es ja hilfiger. Also das ging dann so schnell hoch. Wir sind dann fünf Jahre später, haben wir eine Milliarde Umsatz gemacht, allein in Europa. Und dann 1,5 und so weiter. Das ist ja wahnsinnig gewachsen. Das konnte ich mir unvorstellbar, wie das funktioniert. Und das ging dann deswegen, weil einfach so viele Händler das auch haben wollten am Ende? Ja, wir haben nicht nur das, sondern wir haben auch die Kollektionen ausgebaut. Wir haben zuerst nur mit Herren angefangen. Dann haben wir Damen dazu genommen. Dann haben wir Tommy Jeans genommen. Dann haben wir Kinder gemacht. Dann haben wir Schuhe, Axis war und so weiter gemacht. Das war echt ein Aufbau. Denn da konnten wir nicht mal davon träumen, so gross ist das geworden, ohne wie wir es jemals gedacht haben. Und dann haben die irgendwann in den USA gemerkt, da gibt es so einen Typ in Europa, der bricht da einen Rekord nach dem nächsten. Den müssen wir jetzt mal nach den USA holen. Ja, das war dann so, ja, das kam, also der Europa-Chef dazumal, der Fred Gehring, der hat dann, wo ich Europa übernommen habe, hat der global übernommen. Und das war dann irgendwie auch schon wieder mal klar, dass dann, wenn der wieder weggeht, dass ich dann eigentlich global übernehme. Also, aber ich habe mir da gar keine grossen Gedanken gemacht, aber das ist dann tatsächlich so entstanden. Und dann haben wir noch die Lizenz von Karl in Klein auch noch dazu genommen. Wir wurden dann an PVH verkauft und das war eigentlich ein unglaubliches Business. Echt von Null am Schluss auf alleine Europa, mit Karl in Klein zusammen, war das ein zweieinhalb Milliarden-Business. Also das war schon… Also so gross wie jetzt Hugo Boss quasi? Eigentlich, ja. Aber das war dann nur Europa und wir haben ja dann eine neue Strategie festgelegt. Also hilfiger ist am Schluss, wo ich gegangen bin, war das knapp fünf Milliarden, alleine hilfiger. Aber der weltweit. Der weltweit. Und du warst dann ja auch weltweit verantwortlich am Ende. Ja, ja. Und da warst du… Ich war sieben Jahre, sieben Jahre oder acht Jahre war ich weltweit verantwortlich für Hilfiger. Und der ganze Boom, das war natürlich super in den letzten acht Jahren. Und wie viele Jahre warst du insgesamt bei Hilfiger? Wenn du alles zusammenzählst, alles mit Agenturen und allen, sind das 21 Jahre gewesen. Und die Firma Hilfiger gehörte aber dann schon nicht mehr dem Tommy Hilfiger selber, sondern Finanzinvestoren? Ja, das war auch wieder eine Geschichte. Also am Anfang war es an der Börse, wo ich dazugekommen bin, war es an der Börse. Und wo ich nach Amsterdam gekommen bin, haben wir mit Private Equity und vier Leute haben die Firma gekauft. Und dann haben wir die mit Private Equity, also wir waren, ein kleiner Teil hat dem Management gehört. Und dann haben wir es drei, vier Jahre später an PVH verkauft. Also die globale Firma? Die globale Firma. Und da warst du dann schon beteiligt? Ja. Ach was, okay. Das heisst, du hast dann auch so unternehmerisch da gesagt, okay. Das hat mir eigentlich immer so Spass gemacht. Ich war ja eigentlich irgendwo im Herzen bin ich ja Unternehmer, auch heute. Aber ich konnte mich da beteiligen und habe dann aber trotzdem die Firma geführt. Also das war... Und war der Tommy Hilfiger auch beteiligt? Ja, ja, natürlich. Der war auch mit in diesem Team drin. Der war... Ich habe, wo ich dann globaler Chef geworden bin, von Tommy Hilfiger. Der war so ein bisschen eher im Hintergrund. Und ich, wo ich angefangen habe, habe ich ihn eigentlich wieder voll ins Business integriert. Und ich wollte mich eher im Hintergrund halten, gegen aussen. Und er wollte ihn so als Spokesperson haben. Und wir hatten super zusammengearbeitet. Der ist dann auch eher so, ich sage immer, er war mein bester Berater. Der hat nicht, dass er da entschieden hat, sondern er hat mich einfach mehr unterstützt. In allen Bereichen, von der Kollektion zu Werbekampagnen, zu Testimonials, zu allgemeinen. Und das war echt eine tolle Zusammenarbeit, die mich sehr geprägt hat. Und das heißt, ihr seid auch bis heute befreundet, nehme ich an. Sehr gute Freunde, ja. Und jetzt, dann gab es irgendwie die Sekunde, wo du gemerkt hast, jetzt ist hier vorbei oder jetzt kann ich hier nicht mehr mehr werden, jetzt sind wir am absoluten Peak. Oder wie kam es dann auf einmal Hugo Boss für dich relevant? Nein, nein, das war anders. Das war, muss ich sagen, ich habe immer das ganze Business, auch das globale Office von Tommi Hilfiger, war nicht mehr in Amerika, schon lange nicht mehr, sondern wir haben das nach Europa geholt. Also wir haben einen Campus in Amsterdam aufgebaut, das war das Nonplusultra von einem Campus. Und deshalb, ich war gar nie, ich habe das Business gar nie von Amerika aus gemacht, sondern aus Europa, weltweit. Und jetzt, eigentlich war alles wunderbar und top. Und da ging es darum, dass ich dann den nächsten Schritt machen könnte, aber zum PVH übernehmen, das heisst auch die anderen Marken. PVH ist sozusagen die Holding dahinter. Ja, genau. Und da hätte ich aber nach Amerika gehen müssen und das wollte ich nicht. Aus privaten Gründen? Aus privaten Gründen. Oder auch aus, ich war in Amerika, ich habe da gewohnt in meinen jungen Jahren, das war für mich abgeschlossen, ich wollte in Europa bleiben, weil mir gefällt es ja. Und dann habe ich gesagt, ja, also ich bleibe in meinem Job und das ist auch okay. Ich bin ja happy und es war erfolgreich und ich möchte gar nichts anderes. Das ist, ich bleibe da, wo ich bin und mache noch das die nächsten fünf, sechs, sieben Jahre. Und dann kamen Hugo Bossleute zu mir und haben gesagt, du, wie findest du das? Was könntest du dir das vorstellen? Und am Anfang, die kamen zweimal, das erste Mal habe ich gesagt, nein, interessiert mich nicht, ich bin bei Tomi und ich bleibe bei Tomi und ich werde alt und gehe dann von Tomi. Das erste Mal habe ich abgelehnt, aber dann kamen sie ein zweites Mal, wo ich dann doch etwas offener war, weil, jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, die Firma hat mich immer begleitet. Das war eigentlich immer direkter Konkurrenz und am Anfang war Boss einfach das Nonplusultra. Das war die Firma, wo wir uns orientiert haben. Die hatten alles im Platz, die hatten das richtige Produkt, die hatten die richtige Vertriebsstrategie, die hatten diese richtige Werbung, das Sponsoring. Es war alles da. Die Marke war heiss und jeder wollte Hugo Boss haben und dann ist es, wir waren ja nichts mit, am Anfang mit Hilfe. Und irgendwie hat sich dann das irgendwann gedreht. Und ich, die habe, jetzt muss ich sagen, in den letzten acht Jahren hat dann Hugo Boss uns eigentlich das Feld kampflos übergeben. Habe ich nie verstanden. Aber ich habe immer gewusst, dass hier extremes Potenzial steckt in der Marke, weil die Brand Awareness ist da und wenn es um Anzüge geht, weiss ich, hat jeder einen Boss angehabt. Und das Hugo, das war auch stark für die Jungen. Und ich habe immer gedacht, da liegt so Potenzial. Also die Marke ist fast schade, wie die da so rumtümpelt. Ist denn für Boss Hilfiger der wichtigste Wettbewerber, würdest du sagen? Ich glaube, am Anfang haben die uns nicht so ernst genommen. Also wo ich noch bei Hilfiger war, haben die uns gar nicht so ernst genommen. Und das hat dann halt gedreht. Aber das ist schon eine der, also jetzt auch heute guckst du da mit am meisten drauf, wenn man so fragt, wer ist jetzt Peer Group oder so, das ist schon hilfiger. Ja, eher ist einer davon. Wir haben ja die verschiedenen Kollektionen. Also wir haben Boss Black, wir haben Boss Orange wieder. Wir haben Boss Green, das ist At Leisure. Und dieses Boss Orange, das ist das Casual. Und das kann man vergleichen mit Hilfiger. Und das Boss Black, das ist eher Ralf Lauren, Armani, Burberry. So, das ist unsere Konkurrenz bei Boss Black. Also auf jeden Fall sind da Leute auf mich zugekommen, die Marzottas, die Hauptaktionäre sind in der Firma. Die jenische Familie, denen 15% von Boss gehört. Wie viel? 15? Ja, genau. Und dann habe ich gedacht, naja, haben wir uns x-mal getroffen. Dann habe ich gesagt, ja, ich könnte es mir halt, es würde mich schon reizen, diese Firma da hinzubringen, wo sie eigentlich hingehört. Und ich war fest überzeugt, es gibt keinen Grund, warum Hugo Boss kleiner sein soll als Hilfiger. Weil eigentlich ist Hilfiger nur Boss Orange. Also eigentlich müsste Boss noch grösser sein als Hilfiger. Und dann habe ich gesagt, ja komm jetzt, in meiner letzten Runde, in den letzten fünf Jahren, die ich als mehr Entrepreneur und Unternehmer denke, habe ich gedacht, komm, das mache ich jetzt nochmal. Da habe ich jetzt richtig Lust. Und deshalb bin ich hier. Okay, verstanden. Sag nochmal, weil es interessant ist, dass du offensichtlich nicht nach dem Maximum strebst. Also du hattest die Chance gehabt von Hilfiger, die damals schon 4 Milliarden, 5 Milliarden Umsatz gemacht haben. Knapp 5 Milliarden, ja. Zu wechseln in die noch größere Holding. Was wäre das für eine Dimension gewesen von Business her? Das sind dann 8 Milliarden gewesen. Und das gehört, aber ist das die Firma, die dem Lorenz Stroll gehört? Nein, nein, das ist dann, Lorenz Stroll ist schon lange raus, schon bevor wir es dann gekauft haben mit Private Equity, war Lorenz schon raus. Also das PVH ist dann halt eine Private Equity Owned Firma? Nein, PVH ist eine persekultierte Firma. Okay, okay, okay. Also das hättest du machen können, aber das wäre USA gewesen, lieber nicht. Und dann hast du dich überreden lassen, am Ende ist es dann statt USA Metzing geworden. Ja. Wenn du das so zusammenfasst, ja, das stimmt. Aber man kann auch lesen, auch da wieder, unternehmerisch. Also du bist jetzt hier zwar CEO, aber du bist auch hier in Teilen an Bosses beteiligt. Ja, ich habe investiert, ja. Weil ich natürlich daran glaube und ja, unternehmerisch auch wieder in die Richtung. Das heißt, als du dich überzeugt hattest, hast du gesagt, okay, wenn ich es mache, dann nur, wenn ihr mir einen guten Kurs gebt und ich da irgendwie jetzt 3% kaufen kann? In die Richtung, ja. Also Größenordnung, ist das ein Prozent oder zwei oder ein halber? Nein, ich weiß gar nicht, wie viele Prozent das sind. Aber null Komma? Ungefähr, ja. Okay, also jetzt nichts. Du bist nicht jetzt sichtbar. Für mich viel, aber für das Gesamte ist es nicht so. Also Market Cap von Hugo Boss ist heute so dreieinhalb. Dreieinhalb, ja. Das heißt, ein Prozent sind dann schon 35 Millionen. Das ist schon viel Geld. Aber das ist nicht, das ist ein bisschen weniger. Ja, ja. Okay, okay. Und dann musst du ein Jahr Pause machen? Genau. Wettbewerbsverbot? Ja. Und jetzt bist du im halben Jahr am Start. Und was macht man jetzt, um das Ding nach vorne zu kriegen? Ja, also du musst vielleicht nochmals zurückgehen und sagen, ja, wo die gesagt haben, ja, du darfst ein Jahr tatsächlich nicht arbeiten. Nach 21 Jahren hätte ich natürlich schon erwartet, dass die sagen, komm, du hast einen guten Job gemacht, wir bedanken uns für dich. Eigentlich schon, ja. Du kannst natürlich morgen selbstverständlich bei Hugo Boss anfangen, aber wie die Amerikaner sind, haben gesagt, kommt nicht in Frage. Wir bestehen auf diese Wettbewerbsklausel, die ich damals unterschrieben habe, weil ich gedacht habe, ich bleibe sowieso bis ans Ende. Ich bin dann gechallenged und habe gesagt, ja, das kann doch nicht sein. Und dann habe ich gedacht, was mache ich jetzt ein Jahr, da ist man ja weg vom Fenster, oder? Wenn du ein Jahr aus der Branche weg bist, da weiss man ja gar nichts mehr. Und dann kam dieses Corona. Jetzt sage ich, das war natürlich verheerend, Corona sowieso, aber war jetzt gar nicht so schlimm für mich, dieses Jahr Pause, weil ich habe viel Zeit gehabt, um die Dinge mal ein bisschen nachzudenken oder zu tun, wo ich vorhin nicht hatte. Das Allererste war ein bisschen, mich um meine Sönig zu kümmern, mal ein bisschen mehr Zeit mit denen zu haben. Und das Zweite, ich konnte mich natürlich hervorragend vorbereiten auf diesen Job. Ich konnte mit Kunden reden, ich konnte analysieren, ich konnte Reports lesen, ich konnte Produkt anschauen. Und das war natürlich optimale Vorbereitung, für dann am 1.6. anzufangen. Ich war aber auch viel in Amerika, habe da meine neue Partnerin kennengelernt und habe da viel Zeit verbracht. Also ein wunderbares Jahr, trotz Corona, hatte ich erlebt und mit einer perfekten Vorbereitung für den Job, den ich jetzt drin bin. Und was sind die ersten Weichenstellungen, die man so macht? Also du bist dann hier reingekommen und man kann das auch nachlesen. Und alle haben gesagt, okay, jetzt geht es hier nach vorne. Und es war ja auch sehr viel Erwartungshaltung. Selbst der Börsenkurs ist ja schon gestiegen, als klar war, du würdest kommen. Da ist dann schon irgendwie die Aktie richtig spürbar angesprungen. Und dann hast du ja sofort am Anfang, als du reinkamst, gesagt, okay, so und so geht es jetzt hier los. Ich habe ein Programm vorgestellt. Sag mal, was sind so die zwei, drei Hauptideen, die dich jetzt treiben? Also das Wichtigste war, ich musste eine Strategie aufstellen, wo jeder versteht, genau, wo wir stehen und wo wir hinwollen. Und ich habe vorhin kurz gesprochen, was Post war ja das Nonplusulta. Das war so. Also ich war überzeugt und bin überzeugt, dass das Potenzial viel höher ist, als was es jetzt ist. Aber man muss definieren, wie kommt man da hin? Und da habe ich dann natürlich genügend Zeit gehabt, mir so die Weichen zu stellen, wie kommt man da hin? Und das sind so ein paar, wie soll ich sagen, Pillars, wichtige Bausteine, wo man sich klar werden muss. Und das klingt jetzt der erste vielleicht ganz normal. Wir müssen den Kunden in den Vordergrund stellen, aber nicht den Endkonsumenten. Und wir wollen nicht nur einen Endkonsumenten haben, sondern wir wollen den als Fan gewinnen. Also das ist heute, ist es ganz wichtig, nicht nur in der Fashionbranche, sondern in jeder Marke. Eine Marke muss ja den Endkonsumenten binden. Und das kann man nur, wenn man die Marke relevant macht. Also man kann heute eine Heritage-Brand sein oder ein Heritage haben. Das zählt heute nicht mehr. Also die besten Brands sind teilweise heute auch nichts mehr wert, weil sie wurden nicht reaktiviert. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir die Brand wieder so sexy machen oder so begehrt, dass der Endkonsument wieder ein Fan davon wird. Weil es hat viele Boss-Fans gegeben. Ich war selber, ich habe selber mal als Praktikant bei Hugo Boss gearbeitet, im New Yorker Büro allerdings. Und war damals von Hugo, von dieser jungen Marke. Oder früher hat man, wenn man aus dem Studium fertig hatte, den ersten Job hat man in den Hugo-Anzug gekauft. Also das ist das Erste, was wir kreieren müssen. Also wieder diesen Fan-Endkonsumenten gewinnen. Und dann haben wir so verschiedene Pillars. Das Erste ist Boost the Brand. Das heisst, wir müssen die Brand wieder relevant machen. Und da haben wir angefangen, indem wir ganz klar das Logo geändert haben. Das wirst du jetzt dann im Januar sehen. Also Ende Januar, diesen Januar, werden wir mit einem neuen Logo rauskommen, das viel moderner, das viel geschliffener eigentlich auf diesen Namen passt. Hugo und Boss. Dann haben wir, also es gibt die Marke Hugo Boss, ist die Plattform, sagen wir. Die Plattform Hugo Boss. Und auf dieser Plattform hat es zwei Brands. Das eine ist Boss für den Millennial. Und das andere ist Hugo für Gen Z. Und das sind zwei Brands auf dieser Hugo Boss Plattform. Und das ist mal, dann sagen wir Boost the Brand. Das ist das Wichtigste. Das Zweite ist, Product is King. Also du kannst auch in jeder Branche, wenn das Produkt nicht stimmt, Wenn du nicht ein Produkt hast, das die beste Preis-Leistung hat und auch die Geschichte erzählt, dann hast du nur kurzfristig die Chance, Erfolg zu haben. Und wir haben sehr viel jetzt ins Produkt investiert. Wirklich also auch investiert, das Produkt besser gemacht, ein besseres Preis-Leistung. Wir haben auch Trims reingemacht, weisst du, auch wenn du den Artikel aufmachst, es sieht auch innen schön wertiger auf. Also wir haben eigentlich das Produkt aufgewertet und wenn du das machst, dann hast du auch viel bessere Abverkäufe. Aber das heißt, im Fashion-Bereich ist Produkt wichtiger geworden. Hört sich überraschend an, wenn man denkt, es geht doch so vieles über die Marke. Am Ende, sagen wir mal, gute Hemden oder auch Pullover, Jeans, die sind ja ähnlich von der Qualität her bei vielen Marken. Aber es geht halt darum, welche Marke möchte ich eine tragen. Aber du sagst, es ist gar nicht so, sondern mittlerweile ist das Produkt wieder relevanter geworden. Extrem. Da sind natürlich viele Aspekte drin, warum ein Produkt auch wieder relevant sein muss. Da gehört auch Nachhaltigkeit dazu. Da gehört aber, wie gesagt, das Preis-Leistung dazu. Aber jetzt nehme ich dein nettes Sweater, das du hier an hast. Das ist ja ein schönes Sweater, aber ich habe keine Ahnung, was das für eine Marke ist. Jetzt musst du dir vorstellen, du fühlst dich gut, weil es ein gutes Sweater ist. Aber wenn da jetzt noch ein kleines Etikett mit Hugo Boss draufstehen würde, würde es dich noch besser fühlen. Also das heißt, ihr macht das Produkt besser und da gehst du dann noch zu den Herstellern und sagst, okay, jetzt andere Stoffe. Bessere Stoffe, ja. Wir haben auch den Anzug neu definiert. Du kennst ja, ein Anzug ist ein Anzug. Nein, das ist eben nicht so. Es gibt Occasional Dressing. Das ist für Hochzeiten, du hast einen normalen Anzug. Und früher bist du arbeiten gegangen in einem Anzug. Das ist eigentlich unbequem, oder? Und wir glauben, dass die Zeit von den Anzügen nicht vorbei ist, sondern der wird nur neu definiert. Und wie ist der? Der ist mehr performance-driven, der ist water-resistant, der ist wrinkle-free. Das ist ein Anzug, wo du dich rundum wohlfühlst, wo du auch ins Flugzeug steigen kannst, in New York aussteigen. Du siehst perfekt aus. Also das ist zum Beispiel so ein Ding, was ich ja selber anhabe. Schau mal, das ist totales Stretch. Das ist water-resistant. Das ist keine Falte, das ist wrinkle-free. Das ist eigentlich ein Adidas-Anzug als Tailored gemacht. Also das sind Stoffe aus dem Sport. Deshalb Performance-Anzüge. Und das glauben wir total. Mit dem kannst du Velofahren, mit dem kannst du Bergsteigen, mit dem kannst du Schlafen gehen, mit dem kannst du alles machen. Und welche Rolle spielt jetzt ein Designer? Also ich meine, es ist ja die Zeit, wo ganz viele Designer, ja, Virgil Upload, solche Menschen, dass die die Welt irgendwie sehr stark verändert haben. Spielt das für euch eine Rolle? Also weil man einen Designer nicht so wahrnimmt. Oder macht ihr doch einen Designer, ist das hier selber rein? Nein, der Design, also die Kreativität, auch bei so einem Anzug, ist natürlich extrem wichtig. Also der muss ja sitzen, der muss das Revers, eng, oder wir lassen uns immer wieder was einfallen. Jetzt ist es ein Doppelreiher, und dann morgen ist es wieder ein Einreiher. Wir lassen uns ja immer wieder was einfallen, damit man wieder neu kaufen muss. Aber die Kreativität ist ganz wichtig. Und du hast es angesprochen, ja, die Kreativität, Designer, das hat sich neu entwickelt. Früher haben die auf einem weissen Blatt gezeichnet. Heute bei uns sind wir das gerade alles digital am Aufstellen, dass du den Anzug oder was auch immer, deinen Teil digital entwerfen kannst. Aber das heisst nicht, dass du nicht mehr kreativ bist, sondern du bist einfach in der Lage, schneller, besser zu designen. Und heute ist ja alles schnelllebiger. Das heisst, früher musste ich für so einen Anzug hatte ich vielleicht drei Monate, bis ich den richtigen Schnitt hatte, das richtige Stoff ausgesucht, die richtige Farbe, die richtigen Knöpfe. Heute kannst du das im Prinzip innerhalb von Stunden mit einem modularen digitalen System machen, wo du sogar das zusammenstellen kannst. Aber die Kreativität, die braucht es immer noch. Und da hast du auch neue Leute mit reingebracht, oder machen das dieselben Leute? Wir haben eigentlich versucht, mit den bestehenden Leuten die umzuschulen auf die digitale Welt. Da sind wir gerade mittendrin. Und da haben wir natürlich schon auch Know-how geholt von aussen. Also da haben wir schon noch ein paar Leute dazugenommen. Aber in der ganzen Firma, das ist ja das Schöne, wo ich hier angefangen habe, hier hat es so viele tolle, junge, dynamische Leute, die auch gute Ausbildung haben, die eine unglaubliche Erfahrung haben. Die sind hungrig, was Neues zu machen. Und da muss ich ehrlich sagen, das war halt in den letzten paar Jahren. Schau dir mal den Campus an, wenn du hier schaust. Es ist alles da. Aber es wurde wenig genutzt. Und das ist, ich fühle mich manchmal immer so in einem Kindershop, wo du, einen Spielwaren-Shop, wo du einfach, es ist alles da. Man muss es nur aktivieren. Man muss es entstauben. Man muss es wieder brauchen. Es ist eine tolle Situation. Wir müssen es nicht neu erfinden. Es ist da. Wir müssen es nur reaktivieren. Und diese ganzen klassischen, oder was heißt klassisch, diese Fashion-Spielregeln, die ich jetzt sogar als Fashion-Outsider meine, zu beobachten, man muss Kollaborationen machen, man muss mit Influencern arbeiten, all das, man muss irgendwie verknappen. Das macht ihr jetzt auch? Natürlich. Das gehört alles dazu. Zum Spiel, zu der Geschichte. In der heutigen Modebranche musst du Collaborations machen. Da bist du Testimonials reinbringen. Das kann man nicht nur einfach eine Kollektion machen, verkaufen und das war's. Nein, das ist Storytelling. Die Kolleginnen und Kollegen von Apinio. Ihr wisst schon, Marktforschungsunternehmen, mittlerweile kein Start-up mehr, an dem wir zu kleinen Teilen beteiligt sein dürfen, wo der CEO und Gründer, der Jonathan Kurfest, vor einigen Monaten mal hier im Podcast war. Also eine Firma aus unserer Bubble hat mich wiederum gefragt, welche Buzzwords ich aktuell sehr häufig höre, sagen wir mal so. Und ich habe dann sofort gesagt, okay, Decentraland, NFTs, Bored Apes, Shein, all diese Themen höre ich regelmäßig, aber es ist halt meine kleine Blase bei LinkedIn, in meinem Feed, bei Instagram, in meinem Umfeld kommt sowas immer wieder hoch. Das hilft dem Kollegen von Apinio aber deswegen, weil sie jetzt selber rausfinden wollen, wie repräsentativ ist das denn wirklich, was man selber so wahrnimmt und fragen daher tausend Leute und dann halt wirklich repräsentativ, um diesen sogenannten Apinio Hype Train Report zu erstellen. Den gibt es jetzt für die verschiedensten Bereiche, für Fashion, für Lebensmittel, für Automotive und dann erlebt man da, was wirklich an Hypes in den jeweiligen Bereichen relevant ist. Wer es sich anschauen möchte, der erste Report geht am 16. März live. Ihr könnt euch jetzt schon zum Download anmelden unter apinio.com slash Hype Train. Die erste Kollaboration, die so grösser war, die ich jetzt wahrgenommen habe, war mit Russell Sports. Ist das so die erste Relevante für euch? Russell Athletic war ein super Erfolg. Ich glaube, da haben wir das erste Mal schon die Branche überrascht oder den Endkonsumenten, weil jeder hat von uns nur Anzüge erwartet und dann kommen wir mit dieser Russell Athletic Kooperation. Also einer ganz alteingesessenen Traditionsspielpark. Ja, aber natürlich trotzdem jungen etwas für die Jungen. Was? Das ist Hugo Boss. Und dann haben wir da die Fashion Show gemacht in Milano, mit Social Media gepusht, mit TikTok. Das erste Event mit TikTok auch im Fashion-Bereich haben die gemacht und da haben wir eine Welt kreiert, wo vom erstens mal vom Auftreten her mit der ganzen Social Media Welt, mit den Bloggers und was wir da alles hatten, mit der NFT und die ersten NFT, fünf Jacken, die wir da reingemacht haben. Also da haben wir schon Sachen neu bespielt, wo keiner von Hugo Boss erwartet hat, aber auch natürlich die Kollektion, das Produkt, völlig überraschend. Das hat jetzt so, jetzt sage ich mal, wir sind jetzt wieder auf der Bühne. Aber bist du selber derjenige, der hingeht und sagt, okay, wir müssten jetzt mal was mit Russell Athletic machen oder suchst du solche Kollaborationen aus oder kommen da jetzt Leute und schlagen dir was vor oder machen das vollkommen unabhängig von dir? Also Russell Athletic war schon da und das haben wir einfach noch mehr ausgeschmückt und das ist eigentlich, der Prozess basiert auf beiden. Da kommen Leute mit Vorschlägen, da komme ich mit Vorschlägen, da hört man, da setzt man sich zusammen und sagt, okay, von denen allen, was wäre wohl das Beste? Also so geht das und jeder kann Vorschläge bringen. Und jetzt bei NFTs, ich meine, das ist ja auch gerade so das Ding, wie kann das? Also hast du da auch gesagt, Mensch, das wäre doch jetzt was, habe ich beobachtet, das würde ich mir jetzt wünschen für meine Firma? Ja, das ist so, wir haben bei der Show haben wir gedacht, okay, was können wir jetzt machen, um die Leute einfach zu überraschen? So dieses, ich sage dem, ein Twist, dieses unexpected und überlegt euch da mal, was man da machen kann und dann ist einer gesagt, ja, wir können ja diese NFTs mal ausprobieren, also eine wunderbare Idee, aber wir haben noch was gemacht, kennst du Kobe Lane? Ne? Der, 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 der TikTok-Guru, der 110 Millionen Follower hat, der, weisst du, diese Handbewegung die macht, den musst du kennen, das ist der Wahnsinn und den haben wir gebracht, wo natürlich in der, jetzt sage ich mal, in dieser Gen Z-Generation ist das ein Hero und das ist, das ist ein echter Boss, ich komme gleich noch dazu, warum ist das ein echter Boss, der war vor eineinhalb Jahren, hat ja nicht mal die Wohnung bezahlen können und der war ein Italiener, ähm, der, der, der wirklich keine Ahnung hatte, was mit dem Leben anzufangen und dann hat der auf TikTok, hat diese, diese, Hände gießt, der hat immer etwas gemacht, also man macht immer alles zu kompliziert und der macht es dann nach und sagt, warum macht ihr es so kompliziert, es kann doch so einfach sein, am Schluss macht er immer diesen und der ist, am Schluss haben wir statt den Designer, nach der Fashion Show kommt immer der Designer, verneigt sich und jeder klatscht, haben wir den Kobe Lane rausgeholt und der macht einfach so und das war natürlich, das war bahnbrechend und das hat uns wahnsinnige, die Idee kam dann aber auch von jemandem aus deinem Umfeld oder die kam von dir? Nein, dann habe ich auf den Tisch gelegt und gesagt, was ist mit dem? Das heisst, du hast den bei TikTok gesehen und gesagt, den Typen will ich haben? Das heisst, du bist auch selber wirklich so intensiv bei TikTok, bei Instagram und guckst dir selber an, was passiert gerade und so? Also ich bin jetzt nicht aktiv da mich am Einschalten oder am irgendwelche Posts machen, aber ich beobachte es und das ist genauso mit der ganzen Metaverse-Geschichte. Ich glaube, da muss man schon, wenn man eine Motofirma und leitet als CEO, muss man schon wissen, also kann man nicht einfach sagen, ja, da bin ich nicht mehr drin, sonst darf man eigentlich kein CEO sein, ich glaube, man muss sich schon damit beschäftigen. Glaubst du an das Metaverse oder an Metaversen oder wie immer? Unbedingt. Ja? Ja, weil es ist eigentlich ganz einfach, wenn du, das ist eine artificial Welt, also das ist ja eigentlich eine Traumwelt, oder? Und ich denke mal, also wo ich klein war, habe ich auch in einer Traumwelt gespielt. Ich habe meine Rennbahnen zusammengestellt und habe gedacht, ich bin hier, ich habe meinen eigenen Formel 1 gekostet, ich habe mir eine Welt einfach gemacht und jetzt macht man das nicht mehr physisch, sondern man macht es digital. Und da glaube ich auf jeden Fall dran, dass das jeder gern macht und dass das eine Welt ist, wo, jetzt sage ich auch, das wird jetzt nicht meine Welt, aber ich bin überzeugt, dass für die neue Generation eine neue Welt entsteht, wo man eigentlich träumen kann. Und nicht nur das, sondern es wird auch ein Business und es wird in Zukunft, wird es das Online-Business geben, das Offline-Business und es gibt die Metaverse-Welt, das wird ein Business. Also aber nicht eine, sondern mehrere wahrscheinlich, oder glaubst du an einen Metaverse, wo wir dann alle drin sind? Nein, das wird mehrere geben, auf jeden Fall. Für welche Plattform habt ihr denn diese NFTs gemacht? Ich weiß nicht, wie die Plattform hieß, aber da haben wir so eine Hashtag-Challenge gemacht, wo sie dann ihre, wo sie diese fünf Jacken, die wir da drin hatten, gewinnen könnten. Und das war so der erste Schub, den wir eigentlich in diese Welt gegeben haben, wo jetzt früher sich mit Boss sich niemand beschäftigt hat. Aber ich glaube schon, man kann das nicht einfach ignorieren, sondern man muss es bespielen und sich da einholen. Und das Know-how muss man sich holen, ob das von neuen Leuten sind oder ob das von irgendwo ist. Man muss sich damit beschäftigen. Und merkt man schon Resultate? Also hat da quasi jetzt jemand auf euch gewartet oder sagen alles, okay, Boss, c'est nett. Nein, du siehst ja jetzt, es ist ja, glaube ich, jede oder viele Marken, vor allem im Luxusbereich, gehen ja in diese Metaverse rein. Jeder experimentiert ein bisschen. Auch wir haben damit experimentiert. Aber wir wollen das nicht nur als ein Gadget, sondern wir wollen das seriös als ein Business aufziehen. Das glaube ich schon. Also wir sind da in Kontakt mit Leuten oder Agenturen, die aus Asien kommen. und wenn ich die Zahlen glaube, was die da herumreden, da muss ich sagen, Mensch, das ist ja wahnsinnig. Also das ganze Business ist im Moment 200 Milliarden im Metaverse, das Business. Und das hat das Potenzial, in den nächsten fünf Jahren auf 280 Milliarden, das gesamte Business zu gehen. Und da muss man schon sagen, das kann man sich ja kaum vorstellen. Und dann wirklich mit den einzelnen Elementen, Tokens, NFTs, die man sagen möchte, da zu handeln und da dir welche zu verkaufen und sowas. Ja, und wenn du da nur ein Prozent davon hast, dann ist es aber unglaublich, was da für ein Potenzial schwebt. Und deshalb glaube ich, dass wir als Firma uns da mit beschäftigen müssen. Und sagen wir mal, Testimonials, gibt es da auch schon was Neues? Oder da, glaube ich, sollten jetzt auch im Januar neue kommen? Ja, also wir werden Ende Januar, wie gesagt, kommt die neue Kampagne raus und da haben wir uns auch was einfallen lassen. Da muss ich kurz zurückgreifen. Also wir haben ja gesagt, wir machen den Boost the Brand. Das heisst, wir haben auch oder werden auch Boss und Hugo neu definieren. Das geht so. Also was ist ein Boss von der heutigen Welt? Oder wenn du sagst, ja, der ist ein Boss, dann sagst du, das ist einer von einer Firma, ein Patriarch, der Boss ist. Und den wollen wir völlig neu definieren. Heute soll einer ein Boss sein, der für was steht, der was bewegen kann, der was Gutes tut, egal ob Mann oder Frau. Be your own Boss. Also du bist auch ein Boss, oder? Wenn man deine Geschichte hat, du hast deine Firmen gegründet, du hast, glaube ich, schon mehrmals einen Teil verkauft. Das ist ein Boss. Das ist ein Boss in der heutigen Welt. Ja, gerne. Also wir nehmen dich in den Club. und be your own Boss. Also wir haben dann Destino Monus ausgesucht, die echte Bosse sind. Und das werden wir auch bespielen. Das ist jetzt Boss und dann Hugo ist die jüngere Version und da sagen wir, das ist mehr rebellisch. Das sind Leute, die nicht Trends folgen, das sind Leute, die Trends entwickeln. Und da sagen wir, you go, also Hugo, you go your own way. Ah, okay. You go for it. Und das ist völlig eine, fast neue Sprache, die wir inszenieren. Und das ist schon mal genau abgestimmt auf Millennials mit be your own Boss, weil jeder möchte gern, denke ich, ein Boss sein, aber eben ein moderner Boss. Und darauf haben wir die Kampagne auch abgestimmt. Und da haben wir Antin Yosha drin, der Boxer, den wir schon haben. Das ist ja, wenn du siehst, wie der sich die Karriere aufgemacht hat. Future, der Rapper. Boah, das ist Future für Hugo Bross. Aber du wirst sehen, das wird der Hammer. Dann haben wir auch einen Südkoreaner, Lee Mignon, heisst der. Der hat voll aus Millionen von Followers, einen riesen Star da. Dann haben wir Haley Bieber, Kendall Jenner. Okay, also ganz grosse Namen. Ja, ganz grosse. K.B. Lame eben, dieser mit den 110, Alicia Schmidt, unsere Olympiateilnehmerin, mit Leichtathletik. Was? Alicia Schmidt, das ist wahnsinnig. Dann Matteo Beretti, Tennisspieler, Nummer sieben auf der Welt. Berettini, ja. Berettini, Anyway, das sind also zehn Testimonials, wo ich jeden definiere als eigentlich als einen Boss. und Leute, die was geleistet haben und nicht auch zur Marke passen oder besser gesagt zur Familie und zu unserer Philosophie und zu unseren Werten passen. Also Sportler, Boxer, Tennisspieler, Leichtathlet, dann Musik. Persönlichkeiten haben wir wirklich gesucht. Und das ist im Boss und dann haben wir im Hugo-Bereich, was ja mehr Gen Z, jetzt weiss ich nicht, ob du die Namen kennst, aber das ist Big Matthew, Metal, Ziegler, St. John, Aboud Akrit, das sind mehr Dance- Musik-Szene, die da stattfindet. Und ich muss ehrlich sagen, ich kenne viele Marken, die haben vielleicht jetzt gerade bei den Boss-Testimonials vielleicht ein oder zwei ausgesucht und wir kommen mit zehn an den Start. Also da haben wir schon... Aber hast du dir selber auch mitgewirkt oder kam da auch jemand und hat dir hundert Vorschläge gemacht und diskutiert? Nein, das haben wir als Team, das sind wir hier am Tisch, haben wir alle da hingelegt und das ist eine lustige Geschichte, da haben sie mir ein paar Vorschläge gemacht und da habe ich gesagt, okay, die ersten, da habe ich gesagt, ja, da finde ich jetzt noch nichts. Ich habe gesagt, ich möchte jemanden, wo die Leute sagen, holy shit und jetzt intern nennen wir es die holy shit Campaign. Ich meine, wenn du ein Future hast oder Hayley Bieber, Kendall Jenner oder Kaby Lane, das ist holy shit, das ist unglaublich und das ist die holy shit Campaign. Und habt ihr die auch alle angesprochen? Haben wir alle angesprochen, haben wir hier alles auf den Tisch gelegt und raus, 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 aber wenn wir den kriegen, dann wäre das Wahnsinn, haben wir alle gesagt, warum sollen die zu uns kommen? Macht das unmögliche möglich. Okay, und das ist, hat euch jemand abgesagt? Hat irgendwer auch nicht mitmachen wollen? Das hat sich rein zwei dabei gehabt, die jetzt nicht konnten oder nicht wollten, aber ich muss ehrlich sagen, viel besser kann es fast nicht mehr werden. Absolut, also Glück, und das ist auch eine teure Liste oder war das sowieso? Eigentlich, das habe ich mir auch gedacht, mein Gott, wie machen wir das? Aber die Idee, vor allem, wenn du damit kommst, be your own boss und sagst, hey, ihr könnt in den Boss, ihr seid echte Bosses, das hat denen gefallen, die Geschichte hat denen gefallen und die Story, die wir erzählen, das ist, wenn ich dir den Film zeige, vielleicht nachher kann ich dir den noch zeigen, das ist echt Gänsehaut. Ich habe jetzt ein paar Namen, die ich mit Boss verbinde, also, sagen wir mal so, Mats Hummels ist auch für mich irgendwie Boss, ist nach wie vor, dann habe ich total krass, vor kurzem, ich bin ein großer Basketballfan, habe ich gesehen, da gab es einen Spieler, Clay Thompson heißt der von den Golden State Warriors, der ganz lange nicht spielen konnte, aber sehr viel Aufmerksamkeit hatte. Aber das ist wieder ein Boss, siehst du? genau, da war er richtig groß, hat der vor kurzem, also ich habe den jetzt verfolgt, weil der Comeback nach zwei Jahren verletzt hat und so, oder Meisterkandidat, so eine Legende und auf einmal großen Boss, da war ich jetzt überrascht. Der ist auch von der Liste sozusagen. Nein, die Liste ist noch so lang, aber wir können ja nicht alle miteinander spielen, aber du sprichst jetzt auch dieses Sponsoring an, wo wir uns jetzt gerade damit befassen, welche Leute wollen wir sponsern, wer steht dahinter und da geht es nicht nur um den Besten, sondern es geht darum, der eben was zu sagen kann. Ich komme immer wieder zurück auf die Formel 1, wenn du jetzt den Lewis Hamilton nimmst, da hat es ja viele tolle Fahrer, aber wer ist denn echt ein Boss in der Formel 1? Und da gibt es jetzt, ich kann sagen, der Max Verstappen, der hat eine tolle Leistung und alles, aber wir suchen Leute, die nicht nur Models sind oder Musiker, sondern auch noch was anderes machen. Jetzt ist es ein Lewis Hamilton, das ist nicht nur der beste Fahrer, sondern mir gefällt, dass der für was steht. Der ist jetzt nicht bei uns auf der Liste, weil der war früher auf der Dummy-Liste. Aber das sind Leute, wo wir uns identifizieren, weil der steht, der macht nicht nur die beste Formel 1-Fahrer, sondern der kann sogar Kollektionen machen, wirklich selber und der steht auch für die ganze Geschichte mit Black Lives Matter, der steht auch für was und das sind Bosse. Wenn man so Interviews mit dir liest, dann erzählst du auch häufiger, dass ein Thema ist jetzt Data und sozusagen diese ganze, ich glaube sogar KI nimmst du deinen Mund als Begriffe, auf die er jetzt auch setzt. Was ist damit gemeint? Was macht ihr da? Also die ganze Welt, also die ganzen Daten, das ist ja, die Welt ist ja nur noch ein Data Lake und ich glaube, Daten wird eine ganz wichtige Rolle spielen in der Zukunft. Aber was passiert? Viele Firmen hast du, die sammeln Daten. Jeder sagt dir, ja wir sammeln Daten und wir sammeln Daten. und sagen, was machst du mit den Daten? Ja, die werten wir aus und wir analysieren die Daten und so weiter. Oh, super. Und dann kommt das Dritte, das Entscheidende, ja und was machst du, wie integrierst du jetzt die Daten? Ja, die gebe ich dann meinen Leuten und sage, ja was machen die damit? Dann sagen, da hören die meisten, jetzt sage ich mal 90 Prozent, weiss nicht mehr, was damit anzufangen. Und wir machen die ersten zwei auch, aber wir haben jetzt mit einer Firma zusammen haben wir einen Digital Campus gegründet. Da ist ein Teil der Leute, die sind in Porto, in Portugal. Das wird ein Campus mit 300 Leuten, die nichts anderes machen als Daten analysieren, Daten sammeln, Daten analysieren. Aber jetzt das Allerwichtigste, auch die Daten so zerpflücken, damit wir ganz klare, sage ich mal, jeden Tag fünf Daten ins Business integrieren können. Also da wird der Endkonsument analysiert, wer er ist, wo er ist, was er kauft, wie er kauft und so weiter. Und das werden wir ins Business integrieren, was läuft, was läuft nicht. Und das machen wir zusammen mit einer Firma, die heisst Mettis. Mit denen haben wir diesen Digital Campus gegründet. Und ehrlich gesagt, Daten ohne Daten in Zukunft, da kannst du fast kein Business mehr steuern. Aber es gibt noch Ich werde noch konkurrerter. Wo habe ich das gelernt? Und da musst du gar nicht so weit gehen, da gehst du in die Formel 1. Und wenn du siehst, was eigentlich hinter der Formel 1 passiert, dann ist das eigentlich vor allem mit Daten gespickt. Das heisst, es gibt das Auto, es gibt den Fahrer und der Rest sind alles Daten. Und da werden Daten, das sind ja, bei Mercedes sind das 80er Ingenieure, die nichts anderes machen, als die Daten sammeln, Daten auswerten. Für das bestehende Rennen werden die Daten sofort analysiert und ins Auto eingespielt, aber auch für die nächsten Rennen und das Rennen in einem Jahr. Und dann wird getestet. Bevor man dann was macht, wird getestet. Da habe ich das gesehen und habe mir gedacht, Mensch, wenn wir doch in der Fashionbranche all diese Daten auch besser auswerten, besser nutzen und bevor wir rausgehen auch testen, dann sind wir doch viel besser aufgestellt. Und das ist das, was wir... Aber es geht dann um Kollektionsauswahl oder um Kollektionssamstellung. Von Kollektion über Kunden, über wann wird genau gekauft in den Läden, welches Wetter und so weiter und so fort und welche Preislagen im Januar, im Februar, im März. Da kannst du unendlich viel analysieren, aber das kann auch zu viel sein. Ein Normalsterblicher wüsste gar nicht, was damit anzufangen. Aber das heißt, dann ist schon die Idee vielleicht zu sagen, okay, im Januar werden gerade hochpreisige Sachen mehr gekauft, dann mache ich halt entsprechend im Januar auch noch mehr hochpreisige Angebote und am Monatsende werden günstige Sachen gekauft, vielleicht könnte ja sein, dann verkaufe ich halt da noch günstiger. Dem sagt man Dynamic Pricing spielt eine ganz große Rolle und das gerade jetzt im Online-Business kannst du natürlich fast täglich ändern und das Angebot darauf anpassen. Und das sind, wenn du diese Daten immer mehr sammelst, jedes Jahr wirst du ja klüger, wirst du ja besser, wirst du intelligenter, wirst du einen besseren Output davon haben. Also das ist etwas, wo ich ganz stark glaube. Data is the new asset. Okay, guckst du dir eigentlich an, wo wir gerade über Daten und auch nochmal online sprechen, was so dieses Xi'in, dieser chinesische Superhändler oder Superbrand, was die da richtig stark wechselt, was die gerade machen, ist das auch etwas, was du beobachtest? Das ist eigentlich, das ist genau das, was die machen. Die bauen ja das auf Daten auf. Das ist nichts anderes als nur datengespielte Fakten, die die dann umsetzen im Produkt. Plus natürlich niedrige Preise. Ja, da wollen wir natürlich nicht mitmachen, aber das ist die Form. Wir machen es jetzt in einer anderen Preisklasse, aber das ist dasselbe. Früher, sag ich mal, wo man die Kollektionen gemacht hat, hat der Designer einfach mal gesagt, ich glaube an das und ich glaube an dieses und ich möchte es so haben und so haben. Heute wird das knallhart, sind das Fakten. sagen, wir haben für die nächste Saison wollen wir so viele Hemden, so viele Jacken in dieser und dieser Preislage, in diesen Qualitäten und Young, Kurz, das wird nichts mit dem Zufall überlassen. Ist das bei den Luxusmarken jetzt auch schon so? Du kennst sie ja, du weisst ja, wer Prada oder Gucci oder Balenciaga macht. Gehen die jetzt schon so vor? Ja, da ist jeder, befasst sich, würde ich mal sagen, mit diesem Thema, aber ich glaube, es ist noch keiner so fortgeschritten, dass er es jetzt in unserer Branche, dass er sich danach orientiert und das ist ein grosser, sage ich mal, ein Wettbewerbsvorteil, den wir haben, weil wir das jetzt ja schon implementiert, also wir haben da schon vor einem halben Jahr angefangen, mit diesem Campusbau und mit dieser Firma. Warum machen wir das mit einer Firma zusammen? Würden wir das alleine machen, würden wir viel zu viel Zeit verlieren? Das sind ja auch in Porto, hast du richtige Spezialisten, die nichts anderes machen. Aber die nur für euch arbeiten oder die nur für uns arbeiten? das habt ihr dann sozusagen die exklusiv jetzt übernommen oder für euch? Ja, wir haben mit denen so einen Deal, dass wir die Firma, die machen den Setup, die machen die ganzen Leute und wir kaufen jedes Jahr 25 Prozent von dieser Firma zurück. Das heisst, in fünf Jahren gehört uns dann die Firma, dann haben wir das Know-how und dann läuft alles. Also wir hätten keine Chance, das neben unserem Know und neben dem, was wir sonst machen, aufzubauen. Man würde wahrscheinlich die Entwickler auch nicht mal so eben nach Metzing hierher bekommen oder sowas. Das auch, ja. Lass mich mal eine andere Frage stellen und zwar, wenn du jetzt sagst, du versuchst jetzt der Boss wirklich neu zu erfinden, ganz anders zu machen. Was ich jetzt beobachte von außen ist, dass bestimmte Fashion-Marken auch gar nicht mehr so besonders gut funktionieren, vielleicht nur, weil es ein neues Design ist oder ein neuer Look, sondern weil die ganze Idee eine ganz andere ist. Es gibt diese Turnschuh-Marke Veja und die haben irgendwie gesagt, sie machen vegane Sneaker. Am Anfang habe ich das gar nicht verstanden. Da dachte ich mir, okay, was soll das sein? Mir ist das am Ende egal. Also ich wusste gar nicht, dass es überhaupt vegan noch bei Schuhen gibt. Aber das hat dann so verfangen und irgendwann war man so drin und die haben dann eine riesen Story entwickelt, weil sie eine komplett neue Idee hatten für Schuhe. Also früher hat keiner davon gesprochen, Schuhe sollen vegan sein. Das haben die erfunden und es hat denen ja riesig geholfen. Die hatten auch ein gutes Design und so, aber die konnten sich differenzieren mit einer komplett neuen Ebene. Also dieser Veganismus bei Schuhen. Und bräuchte es nicht sowas vielleicht auch bei Boss zu sagen, okay, ich muss noch nach was suchen oder was finden, was noch größer ist als jetzt andere Testimonials, anderen Look, andere Brand, was halt nochmal eine neue Ebene adressiert, wie das halt zum Beispiel jetzt mit diesem Vegan bei Veja geklappt hat. Also jetzt gehst du auch noch in ein Kapitel, da könnte ich jetzt auch nochmal so eine Stunde reden. Also jetzt sage ich mal, die Firma ist eine gute Idee, so neu ist die Idee nicht. Also ich habe schon bei Hilfiger Schuhe aus Äpfel gemacht. Also das ist auch schon. Ich glaube aber, dass die tolle Idee von dieser Firma ist, okay, die machen jetzt einen Schuh und was machen sie nachher? Oder sie machen zwei Schuhe oder drei Schuhe und was machen die nachher? Weil diese Ideen werden ja dann oft von Lifestyle-Marken übernommen. Also wir befassen uns ja extrem auch mit Nachhaltigkeit und so weiter. Wir haben zum Beispiel einen Degradable Suit. Also den kannst du völlig verwerten. Das ist eine Geschichte, die man dann auch marketingmässig verkaufen muss. Aber in die Richtung werden noch viele neue Produkte kommen. Aber ich möchte noch etwas ganz anderes ansprechen. Das ist eben gerade die Nachhaltigkeit. Jetzt denk mal in unserer Textilindustrie, was wir, das Problem ist ja, dass wir zu viel Abfall produzieren. Immer noch alle, wir alle auch. Wir sind alle keine Heiligen in dem Bereich und wir müssen da uns verbessern. Und das ist für mich echte Nachhaltigkeit. Da geht es jetzt nicht nur um Less Water and Sustainable Cotton und so weiter, sondern das Problem ist, dass wir zu viel Abfall generieren. und wie können wir das vermindern? Indem, dass wir eben mehr Daten haben, um zu wissen, was wir auch effektiv verkaufen oder was wir auch effektiv brauchen. Je bessere Daten wir haben, umso präziser können wir produzieren. Ergo haben wir weniger Abfälle eigentlich produziert. Das ist wichtig, dass das auch jede Firma eigentlich sich so aufstellt, dass jeder weniger Abfall produziert. jetzt geht es noch weiter. Was ist das Problem? Wir haben in der Exilindustrie 10-15% aus den Produkten besteht aus Wolle. Nochmals 30% besteht aus Baumwolle. Und 60% besteht aus Polyester. Und da ist das Kernproblem. Was ist das Problem? Was ist Polyester? Das ist Plastik. Und wo endet das, wenn du deinen Pullover wäschst? Wo endet das überall? Es endet im Wasser. Also wenn wir so weitermachen, wie wir bis jetzt weitermachen, dann ist 2050 sind mehr Plastik in den Gewässern als Fische. Und das ist ein Kernproblem, was wir lösen müssen. Und um dieses Problem zu lösen, müssen wir eine Alternative zu Polyester finden, wo wir jetzt gerade daran forschen sind und ziemlich nah an einer möglichen neuen Faser sind, die wir brauchen können statt Polyester. Das kannst du aus Pilzen machen, das kannst du aus irgendwelchen Produkten machen, die hier stehen. Also das ist Tatsache. Und wenn der Durchbruch der Textilindustrie erstens weniger Abfall produzieren, indem sie das Business besser analysieren und eine Alternative zu Polyester finden, dann hat die Branche hier etwas Nachhaltiges gemacht. Und das sind wir der Planeten schuldig, weil ich sage immer No Planet, No Fashion. Das heißt, Nachhaltigkeit ist für dich schon ein grosses Thema, also mehr, als man das bei all dem Hype und Drops und Testimonials wahrnimmt, aber du stellst es noch nicht so nach vorne, weil das ist noch nicht ausreichend. Genau, es ist noch nicht ausreichend. Ich sage immer, wir können nicht über Nacht perfekt werden, aber wir wollen jeden Tag etwas besser werden. Und wir sind ständig am Forschen, wir sind mit auch anderen Firmen, sind wir dran, da neue Möglichkeiten zu finden, um eben diese Branche nachhaltiger zu machen. Und wenn es uns gelingt, dann möchte ich das nicht nur für unsere Marke behalten, sondern dann bin ich froh, wenn die ganze Branche auch profitiert. Aber das heißt, ihr seid wirklich, da wollt ihr auch innovativ sein und sagen, okay, vielleicht gelingt es uns, Polyester zu ersetzen als Hugo Boss, was ja dann weltweit ein Riesendinging wäre. Das wäre ein Ding. Das würde dann über den Börsenkurs aktuell, da müssen wir nicht drüber reden. mir geht es wirklich darum, um echt nachhaltig zu werden. Manchmal wird es über die Nachhaltigkeit, da gibt es diese, wir sind ja eigentlich schon eine nachhaltige Firma, wir sind ja Nummer zwei in diesem Dow Jones Index über Nachhaltigkeit, wir machen schon einen guten Job, aber damit gebe ich mich noch nicht zufrieden. Da haben wir das Kernproblem in der Industrie noch nicht gelöst und da setze mich sehr rein und arbeiten auch mit einem Team zusammen von uns auch mit außenstehenden Firmen, um hier eine neue Möglichkeit zu finden. Okay, okay. Wie relevant ist sowas jetzt im Vergleich zu den harten Facts, also Distributionsfragen und Logistikfragen? Das geht natürlich alles weiter, du musst natürlich diese Growth Story, die wir haben, also wir wollen ja den Umsatz verdoppeln, da hast du, da muss natürlich auch das ganze, die Plattform oder der Backoffice muss natürlich auch mitmachen, du brauchst das Lager, du brauchst, du brauchst jetzt, gerade Supply Chain im Moment ist natürlich ein Problem, oder, mit Lieferungen und Transportschwierigkeiten und so weiter, das muss natürlich alles Hand in Hand geben, man kann leider nicht nur die schönen Sachen hier bespielen, sondern da ist natürlich auch sehr viel dahinter, um diese Zahlen zu erreichen und natürlich müssen wir diese Zahlen erreichen, um das alles auch hinzukriegen. Hinweis auf eine Bootstrapped-SaaS-Firma hier aus Hamburg, von der ihr vielleicht noch nicht gehört habt, aber hören solltet, die Rede ist von Moin AI, also Moin, wie so in Hamburg, guten Morgen und AI, weil doch gerade alle AI machen, aber hier passt es wirklich, es geht um einen Chatbot-Service, am Ende geht es darum, Website-Traffic besser zu konvertieren und zu halten, am besten eingebunden auf nicht konvertierenden Landingpages, auf Website-Formularen, die nicht ausgefüllt werden und überall da, wo man Traffic mühevoll akquiriert hat, der dann droht wegzubrechen, da hilft halt ein Chatbot und damit das Skaliber machbar ist, natürlich auf Basis von AI, man kann das Tool auch anbinden an Sendesk, an Hubspot, an andere, wie man das genau einsetzt, was ein Chatbot im Marketing so helfen kann, dazu gibt es sogar ein Seminar von den Kollegen unter moin.ai, also moin.ai slash O-M-R Dort gibt es übrigens auch eine kostenlose Testversion, um mal zu sehen, wie die Kollegen euch helfen können, die Chatbot-Pioniere hier aus Hamburg. Ein Begriff, von dem ich dachte, dass er für dich auch eine Bedeutung hat, der in der Branche viel diskutiert wird, ist Direct-to-Consumer, D2C. Ist das auch ein Teil eures zukünftigen Playbooks, zu sagen, wir müssen näher an den Konsumenten selber ran und auch am Ende, Nike hat es ja vor ein paar Jahren angefangen, klar so zu denken, der Börsenkurs von Nike ist dann entsprechend hochgegangen, alle fanden das gut, aber es hat ja auch ziemlich harte Momente, man muss ja da noch zum Teil Händlern, die man über Jahrzehnte beliefert hat, weil man sagen, ihr kriegt keine Ware mehr, wir wollen verknappen, wir wollen teilweise nur noch direkt verkaufen, ist sowas bei euch auch Thema? Also ich stehe da ein bisschen zurück, weil ich glaube nicht, dass es nur dieses Business geht, oder nur das eine oder nur das andere, sondern wir reden ja bei uns über Omnichannel, also wir wollen auch unsere Distribution Omnichannel aufstellen. Was heisst das? Das heisst, dass eigentlich ist es egal, wo der Endverbraucher unsere Marke kauft, Hauptsache er kann es kaufen, ob das. Online, offline spielt keine Rolle, ob es bei uns im Shop kauft oder bei Bräuninger oder bei KDW oder wo auch, oder in einer Boutique oder in hugerboss.com oder in einer anderen Dotcom spielt keine Rolle. Wir, ich glaube, der ganze Vertrieb, der muss zusammengefasst werden in Omnichannel und teilweise ist das direct to consumer, das ist auch richtig, aber nicht nur. Ich finde, das eine schliesst das andere nicht aus. Also wir werden alle Kanäle bespielen, 100% und nicht nur uns auf einen konzentrieren und sagen, ja, ich beliefern mir nicht mehr. Wir wollen mit dem Handel ganz eng und gut zusammenarbeiten. Ihr habt ja auch selber Hundert oder Tausende von eigenen Geschäften am Ende. Hunderte, ja, wir haben 700 eigene Geschäfte, aber das ist, wie gesagt, das ist nur ein Teil, aber wir machen natürlich mit unseren Kunden eben die ganzen Departments, das machen wir, das sind Partner, ohne die könnten wir auch nicht sein und die können nicht ohne uns sein, glaube ich, und deshalb auch, dass das Dotcom ist, also Online und das Offline-Business und in Zukunft eben das Metaverse-Business, das spielt eine Rolle. Also Distribution ist nicht nur das eine oder das andere, deshalb distanziere ich mich von, ja, wir machen nur noch B2C, sondern wir halten auch das B2B aufrecht, weil ich glaube, das verlagert sich immer. Du kannst ja vor fünf Jahren gesagt, ja, Retail ist fertig, es geht nur noch alles online. Das sind alles Ansagen, die sich nie durchsetzen werden. Ich glaube, es ist die Balance zwischen allem. Auch eure Läden, also ich meine, Ladenlokale, sind jetzt ja auch teuer und dann habt ihr 700 Stück, hast du gerade gesagt, irgendwie weltweit. Das ist weiter geplant, die auch alle so zu machen, das ist für euch ein wichtiges Standbein. Auf jeden Fall. Du musst auch wieder, wie ich immer, den Anzug neu definieren, musst auch den Laden neu definieren. Es geht jetzt nicht nur darum, dass du Quadratmeter-Umsätze machst, sondern du brauchst ja deinen Laden auch, um Emotionen zu zeigen. Überleg dir mal, warum jetzt die Autofirmen alle plötzlich einen Showraum in der Stadt nehmen, oder? Du gehst nicht nur zum Handel, Autohändler ausserhalb auf die grüne Wiese und kaufst nicht. Du wirst die Emotionen haben. Und wo kannst du das besser spielen als im Laden, in der Stadt? Und deshalb werden wir unsere Läden auch mehr bespielen. Wir werden da eine Kunden-Tourney reinbringen, ich weiss, das ist der deutsche Wort nicht, wo du schon vor dem Laden im Prinzip angesprochen wirst oder wissen, wer du bist. Du kommst in den Laden rein, man fragt nicht einfach nur, wie kann ich ihnen helfen, sondern wie fühlst du dich und in welche Welt möchtest du heute gehen? Möchtest du in die Casual-Welt oder möchtest du in die Anzugs-Welt oder in die Sport-Welt? Wir werden ganz andere Aspekte setzen. Wir werden natürlich Kaffees machen, wir werden Lounges machen, wir werden digitale Gadgets aufbauen, die aber auch, wo du dich anziehen kannst oder die richtige Grösse aussuchen. Also wir werden den Laden völlig neu bespielen, wo es nicht darum geht, nur um Quadratmeter umzusetzen, sondern Emotionen pro Quadratmeter oder Neuigkeiten pro Quadratmeter. Das heisst auch wirklich, die Leute schulen, dass dann ja alles... Ja, aber auch abholen und begeistern für die Marke. Und ob die dann aus dem Laden rausgehen und online kaufen oder beim Nachbarn kaufen unsere Marke, das spielt uns eigentlich keine Rolle. Okay, okay. Und sag mal, die Website oder der Online-Shop, da hört man ja, eigentlich wollen ja alle, dass da jetzt gekauft wird, weil das ist für euch am besten, das ist am margenstärksten, das irgendwie ist... Das spielt eine große Rolle. Ich glaube, der Online-Handel wird bei uns in den nächsten fünf Jahren, haben wir gesagt, das wird um die 30 Prozent ausmachen. Und das wird sicher sich noch steigen. Was ist es heute? Heute ist es 18. Okay. Also das ist ja noch moderat. Ja, ja. Aber ich sage jetzt, wie gesagt, ich bin nicht ein Fan von dem einen oder dem anderen, sondern das spielt alles in Zukunft zusammen. Aber der Online-Shop, sage ich dir, das ist der grösste Flagship-Shop, den es sein muss. Auch den werden wir jetzt per Ende im Monat auch neu wieder aufstellen, neu definieren, auch mehr Emotionen reinbringen. Und nicht nur, ah, hier ist ein Artikel, den kann man kaufen, sondern das wird auch auf den neuesten Stand gebracht, wo es auch da ein Erlebnis ist, online einzukaufen. Macht ihr auch so Drops und sowas? Ja. Ja? Ja, das ist ganz wichtig. Auch da musst du immer, du kannst nicht nur zwei Kollektionen im Jahr bringen, du musst verschiedene Drops. Wir haben das klar definiert, eben Collaborations, du musst die Drops bringen, damit du relevant bleibst. Das Business machst du vielleicht mit den Basics, aber du musst immer wieder eine Überraschung schaffen. Also ich sage, Neuigkeiten pro Quadratmeter oder Überraschungen pro Quadratmeter. Das ist das, was du zählst. So bleibt die Brand relevant. Aber das heißt, die ganze Ausrichtung geht ja schon stark auf jetzt jüngere Zielgruppen. Wenn man so hört, auch Drops, was ihr in den Läden machen wollt, Kollaborationen, Testimonials. Ist es nicht auch so, dass die Generationen, sag ich mal jetzt mal 45, 50, vielleicht 60, ja auch noch super kaufkräftig sind, klassische Boss-Brand-Awareness haben und dass man denen auch noch sehr viel Geld verdienen könnte? Ja, logisch. Das heisst ja nicht, dass wir die weglassen. Die nehmen wir natürlich alle mit, wollen wir mitnehmen, aber wir wollen zusätzlich auch den jüngeren Kunden gewinnen. und ich sage ja immer, das spielt keine Rolle, wie alt jemand auf dem Papier ist, sondern wie alt fühlst du dich im Herz und young at heart, sage ich immer. Und egal, das jeder holen wir ab, aber du musst definieren, ob dir die Marke zusagt. Verkauft Boss auch an Amazon zum Beispiel oder über Amazon? Ja, aber wir versuchen da eigentlich sehr limitiert zu verkaufen, also nicht über den Preis, sondern eigentlich über das Erlebnis. Also wir wollen da auch unseren eigenen Shop reinbringen, dass du, wenn du bei Amazon reingehst zum Beispiel oder bei Zalando, dann gehst du quasi in die Boss-Welt und nicht irgendwie, ja hier hat es einen Artikel und den kriegst du bei uns 20% günstiger. Das wollen wir nicht mehr. Wir wollen nicht im Preiskampf mitmachen, sondern wir wollen ein Produkt auf den Markt bringen, wo du sicher bist, du hast ein gutes Preis-Leistungs-Fall. Ich glaube, das ist das, was langfristig am meisten sicherstellt, dass die Marke auch funktioniert. Ich glaube, aktuell machten Anzüge 10% eures Umnetzes aus, habe ich gelesen. Glaubst du denn auch wirklich, jetzt sprichst du auch viel von Anzug, auch nachhaltig an den Anzug? Jetzt war ja irgendwie ohnehin Pandemie, da war jetzt Anzüge nicht so das Thema. Glaubst du, dass künftige Generationen genauso Anzug-Käufer sein werden? Wenn wir den Anzug so definieren, dass er bequem ist und eben diese Gadgets, die performance-mässig sind, glaube ich schon. Weisst du, du hast jetzt eine Jacke, ja, da kann man auch mit der Jacke raus, aber ich bin jetzt, viele Männer, die wollen einen Blazer tragen, um das Zeug irgendwo reinzustecken. Ich sage immer, der Blazer ist für den Mann, was die Tasche für die Frau ist. und deshalb glaube ich, die Anzüge werden nicht vorbei sein, aber man wird es mehr casual tragen. Du kannst einen Blazer mit der Jeans tragen oder mit der Slacks oder was auch immer. Also da bin ich, das wird weitergehen. Okay. Und sag mal ein bisschen über dich selber, weil mein Gefühl ist, oder was du jetzt machst, du gibst der Mark jetzt auch selber ein Gesicht. Also eigentlich so, wie das jetzt bei Tom Hilfiger und dem Tom Hilfiger war und erfolgreiche Modemarken leben ja von den Gesichtern dahinter. Also deswegen heißen die ja häufig auch so, meiner Beobachtung nach zumindest, wie die Marken selber. Also von Gillesander früher oder Deutsche und Galbana, das sind ja alles Menschen. Und die kennt man ja zum Teil noch oder Herrn Joop und so. Jetzt, mein Gefühl ist, wenn man die ganze Geschichte so verfolgt, jetzt bist du auf einmal Hugo Boss. Das ist auch irgendwie passend, finde ich, aber ist auch von dir, glaube ich, so intendiert, oder? Dass du sagst, das muss ich jetzt machen, ich muss jetzt der Marke auch ein Gesicht geben. Ich glaube, das sehen die Leute gerne. Also das hat mir so bei Tommi eigentlich so gefallen, weil er war das Gesicht und ich konnte im Hintergrund das Business machen. Die Version habe ich gern, muss ich sagen. Aber jetzt ist anders. Jetzt ist anders. Ich habe keinen Hugo Boss hier. Und das bin ich jetzt, aber ohne, dass ich jetzt das irgendwie gepusht habe oder gewollt habe, ich bin jetzt halt einfach ein bisschen mehr engagiert in diesem Bereich, was aber völlig, völlig, ich glaube, wichtig ist, dass es einfach authentisch ist und das mache ich, weil ich jetzt halt natürlich auch die ganze Strategie ständig auch erklären musste und die Leute wollten wissen, aber wohin geht es jetzt mit der Marke und wer soll es sonst erzählen, wenn ich es nicht erzähle? Und deshalb habe ich jetzt natürlich auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit gekriegt. Aber du weißt das schon immer so, also wenn man sich jetzt sieht, auch so vom Dress her und so, das ist jetzt bei dir nicht, das wirkt seit 30 Jahren auch dich sehr bewusst und sehr, ja, stilziger kleiden würdest und so. Du kannst mich bis zu 14, 14 Jahre zurückverfolgen. Ich habe eigentlich immer noch den gleichen Stil. Vielleicht habe ich da ein bisschen weniger Bläser getragen, aber immer noch die gleichen Farben und auch heute, das bin ich. Also ich bin bei Domi nicht anders rumgelaufen, als ich jetzt hier, nur natürlich habe ich die Marke gewechselt, aber das ist mein Stil und das bin ich. Welche Rolle spielt am Ende China? Also eigentlich so aus ja, Outside-Perspektive sind irgendwie, wenn Luxusmarken, und dazu gehört ja Boss irgendwo schon auch, wachsen wollen, dann geht alles über China, oder? Nein, das ist eben das Tolle hier auch. Früher hast du oder viele Marken oder Companies definieren ihre Wachstumsstrategie und dann heisst es, okay, wir werden im Online wachsen und wir werden in China wachsen. Genau. Das wollen wir auch, aber das ist das Tolle, wir haben nicht nur die Möglichkeit, nur da zu wachsen, sondern wir haben echt die Möglichkeit, in Amerika, in Europa und in China zu wachsen, weil wir die Marke viel mehr 24-7-Lifestyle-Brand auslegen, als nur Anzüge. Und das heisst, wir können im Damen- und im Herrenbereich die ganze Lifestyle-Version ausschlachten, sage ich mal, und haben deshalb die Möglichkeit, in Amerika, in Europa und in China zu wachsen. Also wir brauchen nicht nur China. Und es geht auch in den selben Klamotten? Also ich habe das Gefühl, Wir haben eine globale Kollektion, die wir natürlich auch adaptieren, teilweise für die lokalen Märkte, aber das machen wir nicht mehr. Also das ist mal das eine in dem Bereich. Dann haben wir im Vertrieb, sagen wir, wir können, die meisten sagen, wir können noch digital wachsen, das können wir auch, aber wir können auch im Wholesale-Bereich wachsen, weil das ein bisschen vernachlässigt wurde. Aber auch im Retail-Bereich können wir wachsen, weil es noch so viele Möglichkeiten gibt für neue Läden. Denk auch an Pop-Up-Stores. In China dann auch? Nein, in China auch. Überall, weltweit. Das ist auch das Schöne. Wir können nicht nur in diesem Gebiet wachsen, sondern eigentlich wirklich überall. Das ist das Tolle. Aber warum glaubst du, wurde das im letzten Jahr nicht gemacht? Das klingt jetzt ja schon fast zu einfach. Ich kann dir nicht sagen, warum nicht, aber irgendwie war es nicht, jetzt sage ich, letztes Jahr war es sowieso schwierig wegen der Pandemie, aber davor, ja, ich weiss nicht, ich habe die Strategie nicht ganz verstanden, was vorhin ist, aber das ist egal, man muss ja nicht zurückschauen, man muss nach vorne schauen und ich sehe einfach, was wir die Möglichkeit haben, mit der Brand zu wachsen, jetzt auch, was ich gesagt habe, mit Boss Orange und Boss Green, At Leisure, aber in den Channels und in den Regionen, da haben wir die, wirklich, in jeder, wo du hinschaust, wir haben die Möglichkeit zu wachsen und das muss ich sagen, das macht unheimlich Spass. Deshalb muss ich nicht hier sitzen und sagen, ja, wir können nur in China wachsen und nur digital oder online, sondern wir können in allen Bereichen wachsen, das ist das ganze Potenzial an dieser Marke, was ich so super finde. Was ist eigentlich das Produkt, was am Ende am meisten verkauft von euch? Also wenn du so über alles guckst, ist es dann am Ende ein T-Shirt oder ein weisses Hemd oder ein Sakko? Also bei uns ist es, wird es wahrscheinlich ein Hemd, also Hemd-Pullover sein. Das ist eine gute Frage, weil, da muss ich auch ein bisschen ausholen, weil es gibt ja diese Produktgruppen, also jetzt sage ich mal, bei den Anzügen sind wir sicher wahrscheinlich der Marktleader weltweit, sind wir wahrscheinlich einer der grössten Anzugsanbieter, den es gibt. Aber wir wollen auch in den Jacken, Autowähr, wollen wir die Produktgruppe stärker werden, aber auch in den Hosen, in den Hemden, in den Pullovern. Wir haben noch genau wieder so viel Potenzial, wir haben diese Produktgruppen ausser Anzüge gar nie so richtig bespielt und priorisiert und das sind wir genau am Umsetzen und das Schöne ist für Damen und für Herren. Denkt daran, die Damen kaufen ja eigentlich mehr Kleider als der Herr und wir sind eigentlich bis jetzt mehr eine Herrenmarke. Also auch dieser ganze Bereich von den Damen, die jetzt 100 Millionen ausmachen im ganzen Unternehmen, das können wir den Umsatz vervierfachen in den nächsten fünf Jahren. Und da braucht man dann aber eine Designerin, die das dann auch... Ja, da haben wir auch das Team, da haben wir auch eine neue Person schon eingesetzt, die das Know-how bringt, diese Damen-Kollektionen neu zu definieren und hochzubringen. Wenn du da rübergehst, ist die neue Kollektion, die jetzt die Kunden in den nächsten vier Wochen einkaufen und wir versprechen uns schon sehr viel, weil die Dame, die jetzt da hängt, die ist jünger, die ist moderner. Da hat es die neue Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Business-Bekleidung ist da dran, aber auch mehr casual. Guckst du die Stücke an, also guckst du da vorher drauf oder vertraust du den Leuten? Da sagst du, ich meine, du bist ja nun offensichtlich ein modischer Mensch, also das heisst du, bevor da was irgendwie richtig in Serie geht, guckst du schon mal drauf und sagst, boah, da glaube ich jetzt dran, da glaube ich nicht dran. Die Kollektion hängt jetzt seit gestern und ich glaube, ich bin seit gestern bis vorhin bin ich glaube schon sechsmal durch den Showraum und immer mit verschiedenen Leuten und gefragt, warum ist das da, warum ist das da und warum könnten wir nicht noch dieses und jenes und noch ein bisschen umhängen. Also ich bin da extrem am Puls, ich bin ein Produkt, ich bin ein Marketing, ich bin ein Vertriebsmensch, weil ich ganz einfach glaube, wenn die drei Elemente bespielt und gut bespielt werden, dann kommen die Zahlen automatisch. Was glaubst du, was aus der Firma werden kann im Sinne von Wert der Firma? Also jetzt aktuell haben wir gesagt, irgendwie dreieinhalb Milliarden, es war ja schon mal vor Jahren irgendwie fast das Doppelte oder so. Geht es da wieder hin? Also das Potenzial liegt sicher da, das habe ich auch definiert, doppelter Umsatz kann eigentlich auch den doppelten Marktwert geben. Also ich glaube schon, dass wir wirklich enormes Potenzial haben und da ist auch nicht das Ende von dem, was ich in den nächsten fünf Jahren definiert habe. Ich glaube, da geht es dann weiter. Und für dich sind es aber fünf Jahre so gesetzt? Du sagst immer, fünf Jahre, ist das so für dich die Perspektive? Businessplan haben wir fünf Jahre gemacht. Wie alt bist du jetzt? Wie alt bist du jetzt? 60. Okay, also fünf Jahre, du könntest noch ein bisschen länger. Ja, also da muss man schauen, wie man sich fühlt. Aber wie gesagt, das wird dann danach mit mir oder ohne mir auch so weitergehen. Okay. Und wer ist derjenige, der euch am meisten das streitig machen könnte? Sind es deine alten Kollegen bei Tommy? Oder wo sagst du, wer macht noch einen guten Job? Auf einmal tun dir auch einen Maiki und alle das vielleicht weh im Sportbereich? Ja, ich glaube, ich sehe es ja nicht weh machen, sondern ich mag ja Konkurrenz. Man sieht ja immer, man kann ja auch voneinander lernen und mich interessiert ja, was die anderen besser machen oder mich interessiert, was wir. Für mich ist immer, was gestern gut ist, ist heute vielleicht nicht mehr gut genug. Man muss sich ja ständig weiterentwickeln und das Schlimmste ist, wenn du eigentlich einen Stillstand hast oder dich zurücklehnst, sondern mich interessiert jeden Tag, was können wir jetzt noch besser machen. Und da gibt es viele Marken, die sind da gut unterwegs, aber ich weiss jetzt nicht, ob jemand so ein Potenzial hat, wie wir das. Vielleicht bin ich auch ein bisschen jetzt eingenommen hier, aber ich sehe einfach so enormes Wachstum. Aber der Wert an der Marke ist bei euch auch schon diese Tradition. Also dass ihr jetzt schon seit Jahrzehnten da seid, das hat einen Wert. Oder sagst du, das ist eigentlich egal, man kann eine Marke auch innerhalb von ein paar Jahren neu erschaffen, die man braucht. Nein, das hat schon einen Wert, aber dieses Heritage kann man sich nicht darauf ausruhen. Also nicht nur, sondern wenn du den Wert hast, dass wir schon so lange da sind und denkst, ja, das ist der Wert. Nein, das ist es nicht, sondern die Relevanz der Marke ist im Endeffekt der Wert. Also nicht die Heritage, sondern die Relevanz. Und wir haben, ich denke jetzt, wir haben die Heritage und wir sind jetzt am Relevanz am Arbeiten. Also glaube ich schon, dass der Wert der Marke enorm steigen wird. Also ihr macht ja noch keine so Retro-Sachen. Also ganz viele Marken, die halt ein Heritage haben, nutzen das ja und spielen dann ganz viel so Retro-Ideen. Also klar, die Sneaker-Firmen sowieso, aber ich habe das Gefühl, es gibt ja auch so Luxusmarken bei Jacken im Outdoor-Bereich, die sehr stark so ihr Heritage ausspielen. Das Gefühl habe ich, ist bei euch noch gar nicht so. Nein, das hat, also wir haben schon dieses Heritage, also denkt dran, den Rocky, oder der hat ja diesen Pullover im Rocky-Film getragen mit dem Boss, oder? Und den bringen wir schon wieder, diesen Sweater. Oder denk mal bei, was war das in den 80er-Jahren? Bei Miami Vice, oder? Den Sonic Rocket mit dem Anzug, mit der riesen Schulter, da sind wir natürlich schon am überlegen, wie wir den auch wieder aufleben können. Also da hat es auch schon ein paar Heritage-Teile noch dabei. Da haben wir so ein Atelier da drüben, wo wir diese Teile noch drin haben. Das ist unglaublich, was da von der alten Zeit drin hängt. Es ist sensationell. Aber Gott, und damit kann man doch eigentlich viel machen. Ja, klar. Also als jetzt vor kurzem Reebok verkauft wurde, da dachte man auch so, Reebok, das ist doch eigentlich so ein Kulturschatz, wo man über Jahre das ausspielen kann, was da schon alles so gewesen ist. Ja, das kann man schon. Also das werden wir auch, aber eins nach dem anderen. Wir haben noch so viel im Köcher drin und das werden wir sicher auch bespielen. Okay, okay, okay. Also ich bin sehr gespannt. Es wäre toll, also so eine globale Design-Brand mit ganz klar deutschen Wurzeln. Ja. Würde ja uns allen gut tun am Ende. Du hast ja schon fast so ein bisschen den Auftrag, mit Hugo Boss hat man ja schon so ein bisschen einen Stempel aus Deutschland zu kommen oder Deutschland zu repräsentieren oder empfindest du es nicht so? Ja, also ich als Schweizer muss Deutschland repräsentieren. Ja, also was ist das so? Aber das fühle ich mich schon, die Verantwortung ist mir klar und der Druck, den habe ich natürlich auf den Schultern. Und wie hat mir gestern einer gesagt, es gibt in Deutschland drei Marken, die eine Rolle spielen. Das ist Mercedes, Porsche und Boss. Und da habe ich gesagt, okay, ich habe es jetzt noch nie so gesehen, aber irgendwo ist es noch interessant. Also der hat gesagt, viele Ausländer, wenn man über Markenwelten spricht in Deutschland, deutsche Marken, dann werden die drei Marken am meisten genannt. Und jetzt hoffe ich, dass ich das Glück habe. Ich habe ganz sicher ein tolles Team dahinter. Wir haben alle Möglichkeiten hier. Deshalb, wir nennen es ja nicht ein, wie soll man sagen, eine Marke, tut man nicht, also wir sagen, es ist ein Comeback, weil aus dem Sport draussen, ich bin ein begeisterter Sportler und ich sage immer, viele Sportler haben ein Comeback gehabt und die waren eigentlich nach dem Comeback noch besser. Und ich sehe Boss auch, die waren ja mal toll, dann sind sie ein bisschen ruhiger geworden und deshalb hoffe ich, dass wir bald ein Comeback feiern können. Okay, aber das wäre für uns ja alle gut am Ende. Alle gut. Wissen denn die Kardashians oder so, wenn du mit solchen Leuten sprichst, dass das eine deutsche Marke ist, das wissen die alle, dass es schon aus Deutschland kommt? Ja. Oder sind die das als globale Brand? Global. Ich glaube schon, als globale Brand. Und das müssen wir auch, wir müssen eine globale Brand sein und nicht nur eine deutsche Brand. Deshalb müssen wir uns auch internationalisieren. Also das ist auch, es ist toll, dass wir in Metzingen sind, es ist toll, dass wir eine deutsche Firma sind, aber wir müssen eine globale Brand werden. Also das auf jeden Fall. Deshalb auch, wenn die Testimonials, die ich gesagt habe, das sind globale Testimonials. Wir können nicht nur deutsche Testimonials nehmen. Aber dein Hauptarbeitstag ist hier in Metzingen. Also von hier aus machst du alles hier? Ja, ich bin am Wochenende immer noch in der Schweiz. Fahre ich in die Schweiz, nach Zürich zurück, aber am Montag bis Freitag bin ich prinzipiell hier oder am Reisen. Aber das ist die Küche. Du sitzt in der Küche. Aber ich stelle mir vor, wenn dann so irgendwie Kendall Jenner hier nach Metzingen kommt, dann wundert man sich schon. Das ist ja jetzt irgendwie nicht unbedingt das typische Hauptquartier einer globalen Brand, aber irgendwie ist es doch so. Naja, Adidas ist ja auch am Ende der Welt und ich glaube, das spielt keine Rolle. Deshalb bespielen wir ja diesen Campus. Da müssen wir natürlich einiges schaffen, aber wir haben ja hier Gyms und wir haben Läden und wir haben dies und jenes. Also was man hier machen kann, das muss man natürlich eine Welt hier am Campus erschaffen, wo die Leute sagen, hey, das ist doch, ich meine, die Gegend ist doch wunderschön. Da kann man sich wohlfühlen. Also wir haben es auch gesagt, bist du verrückt von Amsterdam in Zürich nach Metzingen? Aber ich finde es hier schön, ich finde es gut. Die Leute sind nett, mir gefällt das. Und der Tommy Hilfiger, der hat das auch verstanden, dass du das gemacht hast? Der hat es verstanden, ja. Der hat es verstanden, er hat es ein bisschen wehgetan, aber er hat es verstanden, warum ich es mache und das ist heute noch so. Okay, okay, okay. Also wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Ist die Stunde jetzt schon tatsächlich durch? Ich glaube, es ist schon mehr als die Stunde durch, oder? Wirklich? Wie lange sprechen wir jetzt schon? Ja, aber vielen, vielen Dank, dass wir kommen durften und auf jeden Fall eine spannende Geschichte, das zu verfolgen. Gerne. Es wird eine Marketing-Herausforderung. Ja, das wird es. Alles, Produktmarketing, alles eine Herausforderung, aber eine tolle Herausforderung und ich bin überzeugt, wir schaffen es. Alles klar, vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR